Guck mal, Alter, das ist richtig fies, das ist richtig geil, das ist der geilste Hack seit drei Folgen Leute, was geht? Herzlich willkommen zu einer lang, 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 lang ist ein Name Lange ist es her, diese Folge, also lange ist es her, dass wir sie überhaupt wieder aufgenommen haben Herzlich willkommen zu einer Runde Hack Wars, mit dabei ist Sturmwaffel, hallo Hi, mein Name ist Hack Wars Hi, mein Name ist Gerd, guten Tag Freunde, wir haben was vorbereitet, Freddy, ich hab was vorbereitet für uns Und zwar machen wir heute, performen wir erstmal ganz klassisch hier Wir warten natürlich, bis wir Slash Hack Wars eingeben, damit die Leute sich direkt disconnecten Wir warten mal so zwei, drei Minuten, spielen erstmal ganz normal mit, so wie immer Und geben dann den Comment ein Denn Freddy, wir haben heute folgendes, wir haben heute ein paar Items, die quasi die komplette Schwerkraft für einzelne Spieler ausschalten Ich bin zweimal runtergefallen bis jetzt Fabian, was ist mit dir los? Ich verstehe das nicht, also, guck mal, wenn ich jetzt hier kaufe, ne Ja So, warte, wir machen das nochmal weg Ja, so, okay Warte, den weg Geh mal da weg, gehen wir da runter, ja, gehen wir da weg, ja, okay Dann hab ich jetzt hier gekauft, ne, bin so hingegangen Und hab dann die Sachen eingekauft Ja Warte, nee, so, ich kaufe die Sachen ein Okay So, und dann Das dritte Mal in Folge Ey, Freddy, ist ja mega scheiße, dieser Server, oder? Oder Richtiger Dreck-Server Leute, by the way, der liebe Sturmwaffel, dem Film macht 73.000 Abonnenten bis zu einer Million Äh, in diesem Sinne, geht da einfach mal hin und erstellt 73.000 Accounts und abonniert den Jetzt Sofort Sofort Dann hat die Million viel, viel eher als alle anderen verdient Genau, Videodays auf der Bühne Everyday Up Äh, kannst du dann singen Ach, ich bin schon wieder runtergefallen Freddy, ist das dein Ernst? Ja, das ist voll schwierig Ich weiß nicht, was das ist Guck, nein, nein, guck, man geht hier so hin So Weil man hört auf zu sneaken, wenn man da reingeht Und dann geht man immer noch so einen Schritt weiter beim Shop Guck mal Ja, ich seh das Wenn du den anklickst und dann bist du so Und dann rutscht du so weiter Das stimmt doch gar nicht Warte, guck, guck Man geht weiter Nein, 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 nein Lauf mal ganz schnell auf den Zug Nein, nein, nein Die Erzeit Ja, man wird so zurückgebasht, du Vogel, Alter Hör mal jetzt auf hier, Freddy Hör mal auf hier, Lügen über meinen Server zu erzählen Okay, was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? So, nee, ich hab jetzt erstmal eingebaut, Freddy Wir gehen jetzt erstmal hin und machen Slash Hack Wars So, Freddy, du nimmst jetzt mal ein Ei Du nimmst jetzt mal ein Ei Ich hab ein Ei Passt mal auf, warte Kein Ei, nee, hab ich nicht Hui Oh, 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 oh Bummtot Geil, Freddy, pass auf Wenn du jetzt ein Ei nimmst und das auf Leute wirfst, ja Dann musst du dir mal anschauen, was da passiert, okay Denk dran, Freddy Wir spielen jetzt ganz normal, wir spielen ganz normal weiter Irgendwer hackt, schreibt Text Crazy gerade schon Freddy, es ist wieder vor allen Dingen Was war das? Ich werde gehackt Rewi, der hackt Ich hab's gesehen, warte hier Pass auf, wer war's, dude? Ah Oh, lol Ist Rewi hier? Ich glaube, wir haben hier so einen kleinen Hört jetzt mal auf, Mann, du Pisse Ist aber geil, oder? Ist auch cool Wir haben auf jeden Fall Freddy Bleib jetzt hier oben, mir reicht das, Alter Wir haben auf jeden Fall hier, wie gesagt, Text Crazy Hat auf jeden Fall schon den Plan, dass hier irgendwer hackt Freddy, jetzt übertreib mal nicht hier direkt, Alter Übertreib mal nicht direkt rein Übertreib mal nicht dein Lifestyle hier, Junge Freddy, wir müssen das Ganze jetzt Was passiert? Oh Gott, ich bin Fiske Hör mal auf jetzt, Mann Es fühlt zu... Freddy! Kleiner Pisser, ne? Ich fieke dich ja, mein Nacko Freddy, willst du mit mir Hackboss machen? Wow! Willst du mit mir Hackboss machen? Nein, 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 ich hänge, ich hänge Ja? So Mein Nacken Mein Nacken, mein Nacken Nein, oh, nee, ich fall WTF So, also Freddy, wir spielen's Jetzt hör mal auf, du Pisse Das reicht mir jetzt Wir spielen's erstmal ganz normal Freddy! Du dummes Arschloch So geht Hackboss nicht Wir hacken Freddy! Mann, bist du auf? Ich hab nur eine Unterhose an dich Kann nicht aufstehen So Ich hab nur Gutes getan Das war ein Gegner Also Freddy, wir gehen jetzt erstmal Hey, du kaufst uns eine Rüstung Würde ich sagen Dann gehen wir erstmal zu den Gegnern Den Spielern rüber Und schauen uns mal an Wie die darauf reagieren Wenn sie dann plötzlich in Luft fliegen Freunde Was? Ich präsentiere jetzt ganz stolz, Freunde Das hier ist der Keine Schwerkraft-Hackt Oder Hack? No-Velocity-Hackt Ich weiß es gar nicht Keine Ahnung Auf jeden Fall Ist das hier super, super innovativ Und wie gesagt Ihr könnt jetzt gerne neue Hackboss-Ideen In die Kommentare schreiben Meine Programmierer kriegen alles hin Ich hab nämlich auch noch Kleine Hackboss-Folgen mit Paluten vor Die werden ich euch auch noch aufnehmen Freddy, da bist du auch noch dabei Ach, hab ich ja gar nicht gesagt Mit Paluten zusammen tatsächlich Ich mach keine Videos mehr mit Paluten Kann ich verstehen Denn wir haben da was ganz besonderes Achtung Freddy 1, 2, 3 Keine Schwerkraft 1, 2, 3 Keine Schwerkraft Ich probiere es auch schon die ganze Zeit Der hat irgendwas an Der hackt ja Der hackt ja wirklich in Hackboss Der hackt tatsächlich irgendwie Warte mal ganz kurz Hallo Hör mal auf Ihr zieht zu So, jetzt Der kann einfach nicht hochfliegen Was ist denn mit ihm? Ja, Moment mal Das kann er eigentlich gar nicht Warte, guck mal Der hier oben Wir treffen dich Moment Haben wir gut gemacht Bissado Warte, über uns ist noch einer Ich treff den nicht Da Jetzt Ah, jetzt hab ich ihn auch Okay So, jetzt Da ist er hochgeflogen Da regnet es Spieler Ist ja geil, Alter Bester Hack EO West 20.000 Likes Kälte für noch eine Folge Hör auf jetzt So Freddy, pass auf Wir gehen jetzt, wie gesagt Nicht Bitte nicht schlagen Revion Sturmi DocLP natürlich nicht Hi DocLP DocLP ist einfach Der hat einfach schon Angst gehabt Der ist einfach von selber runtergesprungen Am besten Was Ich, äh Hunde Hunde und Unresplates Das mögen beide Also, alle Menschen so DocLP, mach's gut Tschüss Doc Wie, der ist tot? Tage Ja, warum fliegen die nicht hoch? Ja, irgendwie ein paar Bei denen, die haben irgendwas an Aber das Witzige ist Ich kann hier so Ich kann hier so feststecken Hier, guck mal Die stecken jetzt hier alle fest Guck mal, die machen gar nichts Jetzt kann ich hingehen Ah, 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 ah Hier hoch ist, Alter Oh, 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 shit Ja, so einfach ist das Schulz Schulz Schwanz Ei, da fliegen alle drei hoch Alle vier Spieler Oh, scheiße, Mann Okay, nochmal Wenn sie alle respawnen Eins, zwei, drei Guck dir das mal an, Freddy Das ist wie Tennis Guck mal hier Bei Team Gelb Komm her, komm her zu mir Komm her Warte, ist der Oh, oh, da ist jemand Auf dem Weg zu unserem Bett DocLP, hör auf jetzt Oh, das war ein knappes Ding Wie, Freddy, guck mal, ich spiel Tennis mit denen Warte, 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 warte Warte, 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 warte Team Gelb Komm zu Team Gelb Team Gelb? Ja, komm zu Team Gelb Das Team Ihr Team Gelb? Guck mal hier Du musst da hingucken, wo die Spieler regnen Komm Ach du Scheiße Hä, wo regnet es denn, Spieler? Ich bin gerade voll irritiert Sind wir nicht Gelb? Ach, da Was ist denn mit dir? Die tun mir ein bisschen leid Hallo, flieg hoch Hör auf jetzt Guck mal Alter, das ist richtig fies Das ist richtig geil Das ist der geilste Hack seit Seit drei Folgen Oh, der Hack Der Hack, der Hack Der hat er gehackt Der habe ich gesehen Ey, warte mal Hier kommt gerade einer zu uns, Freddy Moment Dem muss ich ganz kurz Einhalt gebieten Achtung Tschüss Auf Wiedersehen Pass auf, jetzt hau ich ihn in der Luft weg In der Luft weg Ja, ich habe Es ist jetzt so geil, dass wenn er dabei noch schlägt Die fliegende Eiermaschine Oh Gott, hör auf, Freddy Ich stecke fest, hör auf Hör auf Hör auf Niemals Fühl mehr Eier Freddy, ich komme nicht weg Fühl mehr Eier in Hack Hör auf Hängt über dir Ich habe mich jetzt wegzelleportiert Zu Mr. Kostenlos Ach, guck mal hier Team Lila hat sich komplett eingebaut Eins, zwei, drei Und Tschüss Zwei Kommt Team Lila Ihr fliegt jetzt alle in meine Runde Ja, geil Mr. Kostenlos, stirbst du vielleicht mal da? So, ganz kurz Sehr geil Okay Und eins, zwei, drei Los Team Lila Hä, ich fühle mich richtig gut dabei Weißt du das, Freddy? Manchmal funktioniert es nicht, ne? Manchmal funktioniert es nicht Ich glaube, es kommt auf das Gewicht der Spieler an Es gibt einfach Spiele, die sind zu fett zum Fliegen Ich kann gar nicht mehr hoch Ne, du kommst ja gar nicht mehr Du kommst ja gar nicht mehr runter Was kann man noch machen? Schneebälle, ne? Schneebälle kann man auch werfen Die explodieren, genau Ähm, und dann hab ich noch einen Comment, Freddy Den haben wir aber, wie gesagt, nur für die nächste Folge erst Ähm Ich würde mich echt wahnsinnig Schaut euch das an, das ist genial Das ist einfach genial, wie die Spieler hier runterklatschen Freddy, ich würd sagen Wir teleportieren jetzt erstmal alle Spiele auf ne Plattform, okay? Und fliegen die, lassen die dann hochfliegen Ne, 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 ne In die Mitte In alle Spiele in die Mitte? Ja, aber da ist ja was drüber Das ist ja blöd Ich brauch ne eigene Plattform, warte Und Freddy, dann spielen wir so ein Spiel, okay? Krieg ich Game Mode? Natürlich kriegst du Game at Flix TV Kannst du dir bei Äh, Revenza.tv im Shop kaufen Für 13 Euro gibt's das Join and play now So, join and cheat now Genau das, Alter So, pass auf Ich teleportier die Leute mal hier hinten So, schlecht, tp, at all Ey, jetzt hör doch mal auf, Freddy Mann, du Du, krieg ich eine geile Oma Nein, Hunter, du kriegst keine geile Oma At all, Revenza Mann, du Pisser So, weiter Freddy, da sind die alle Kurz, da fliegen sie alle Oh, die haben sich in der Luft geschlagen Was war das? Guck mal, der eine ist direkt weiter am Bau Und der Fastbridge Direkt weg, Fastbridge Alter, jetzt ist in seinem Film Nochmal, nochmal, nochmal Und los Ich will auch fliegen Warte Warte, ich tp dich Und du musst werfen, Freddy, los Okay Die haben sich eben alle in der Luft gegenseitig geschlagen Diese Affen Warte, okay, teleportier nochmal So, jetzt, da fliegen sie alle Guck da Sie schlagen sich alle gegenseitig Du musst dir mal vorstellen, Freddy Stell dir mal vor Es kommt einfach zu diesem Moment Plötzlich fliegst du einfach als normaler Mensch in die Luft Weißt du Und um dich herum sind 20 andere Menschen Was ist deine erste Reaktion? Du schlägst doch nicht erst mal auf die anderen Menschen ein, oder? Ja, auf jeden Fall Ich bin immer prügelt Direkt, ich hau alle kaputt direkt, ne? Schon hier, eins, zwei, drei, los Oh Gott Das war Ups Normal, so weiter Oder leider Hui Oh, jetzt hängen sie alle Jetzt sind die ein Knubbel Hi Knubbel Wie geht bei euch? Knubbels Penner Penner Du bist so ein Satisten Amen, na, Keuem Ich bin das, was Hans Entertainment gern wäre Fett? Dünn Achso Mann, ich will den nochmal hochfliegen lassen Jetzt hör doch mal auf Freddy Was für ein Abpacken Kommst du, bist tot Ich bin Knubbel Das geht, Dinger Weg von mir Ich fange nicht an Oh, Leute, Mann Ich hab's so vermisst Hack war das geilste Format auf YouTube Eowizzle Ja, Freunde Ich würde sagen Das war's dann auch schon Vor diesem Hack Das war der keine Schwerkraft Hack Wenn ihr neue Ideen habt Zum Beispiel, weiß ich nicht Dass wir mit einem Minecraft Flugzeug Einfach Leute zerbomben können Oder einfach mal unsichtbar sind Oder plötzlich ein Transformer sind Das geht ja alles Theorie In Minecraft Schreibt es in die Kommentare Das beste Kommentar wird in der nächsten Folge Hoffentlich umgesetzt Bzw. in der übernächsten Folge, Freunde Bitte bedenkt, dass das Ganze Immer ein bisschen Vorbereitungszeit braucht Weil das zu programmieren War jetzt tatsächlich hier nicht so aufwendig Aber wenn ihr aufwendigere Sachen habt Gibt es dann Sachen Die dann Freddy auch mal ein bisschen Länger Zeit kosten Freddy, nochmal vielen Dank fürs Programmieren Leute, das war's von dieser wunderschönen Folge Hack wars Lasst einen Daumen hoch da Abonniert Stornbuffel, macht's gut Bis zum nächsten Mal Tschüss Ciao